Heute haben wir einen trainingsfreien Tag, aber ich bin trotzdem locker aufs Feld gegangen, um für mich ein paar Sachen zu machen. Und zuerst habe ich gerade mit dem Warm-up gestartet, damit ich schön warm bin und mich ja nicht verletze. Und dann habe ich ein paar Tourabschlüsse gemacht. Da muss ich euch kurz meine Dribble-Skills zeigen und die habe ich schon recht müde gemacht. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich daheim koche. Oder doch nicht. Der Riomare in Salatissime ist der perfekte, schnelle und gesunde Snack. Markiere jetzt einen Freund, der immer einen feinen Snack braucht, folge Riomare Global und gewinne jetzt ein Riomare in Salatissime Überraschungspack.